Hallo und herzlich willkommen zu einem Video und zu einem S90 Modvorstellung Heute am Samstag kommen zwei Folgen, weil die sind nicht so groß, die Modvorstellung, deswegen kommt noch einer Weil jetzt ein cooler Mod rausgekommen ist Für ein paar Stunden erst, 5 Stunden oder sowas, einfach 2, Handy, geht mal weg Gibt es unser zwar diverses, eine Righteous 12 Toolbox, auch von der FBM Link ist natürlich die Infobox Am Anfang habe ich ein bisschen bei mir verpackt Natürlich kann ich sagen, hat es nicht funktioniert, habe ich es neu gekauft, hat es funktioniert Und auch gleich funktioniert sie jetzt auch Denn nur 1.500 Euro ist voll günstig eigentlich So, da ist die kleine Box The Box Was ist in The Box drin? Gute Frage Sondern, und zwar in der Box ist, ich überlege kurz, ach komm, die kann man auch hier tragen Aber, ob ich ihn aufnehmen Zack Ups So, und vielleicht, wenn es hier geht, auf die Maul steht Genau Und zwar können wir jetzt, hier, R-Source Funktionen Da kommt der Laptop Und hier ist dann dieser Träger Kann man zum Beispiel jetzt nochmal, ähm, hier machen So, das sind jetzt diese Paletten, ein Träger Jetzt sieht man Ups Hier Hier Fahrzeugübersicht Hofnahme Meine war, Fahrzeuglasser-Dünger-Tank Äh, stimmt Ähm, sie gibt es halt nur Stunden, das stimmt Alter Total Stimmt, Zuschauer-Prozent Stimmt Da könnte man zum Beispiel, wenn man will, äh, mit L abschalten und anschalten Das, äh, die Source-Funktion hat, das ist verkaufen Regapagieren 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 Und man kann das ganze wieder wegmachen, weil es bleibt auch wieder unten Ja So, ähm Ich stelle das mal hier hin und fahr' mal ein kleine Ladachchen Da rein Dann haben wir den Regapagieren Ähm, das ist so ganz kaputt, leider Ja So Man soll es am besten irgendwo hochstellen, weil ja, ich sehe es so ein bisschen, nothing Äh, zu schon immer noch noch, wo du dann bist, wo du dann noch eine Runde wahren Ähm Ja Dann, ähm, können wir schon mal ein bisschen spielten Zahlen und, ja, fahr' mal eine Runde Dann, ähm 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 Okay. 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 So, So, äh, oh Gott, ist ja jetzt ein bisschen untergegangen, nein, schade, aber, ähm, ich habe jetzt im Prinzip verstanden, ich habe jetzt lange rumgejuckelt, die Folge geht jetzt über 15 Minuten, naja, irgendwie, keine Ahnung. Äh, ich finde, es ist ja unten in der Anzeige, dass immer noch eins steht, aber ich bin schon lange rumgejuckt, aber nein, ist ja, das war's für dieses Video, wenn es wieder gefallen, lasst mir da schnell den Link, ist natürlich in der Infobox, ich weiß nicht, bis zum nächsten Mal, hallo an, schönen Samstag noch, und tschau. Sechs, ein halb Stunden später. Oh Gott, ist ja jetzt ein bisschen untergegangen, nein, schade, aber, ähm, ich habe jetzt im Prinzip verstanden, Ich habe jetzt lange rumgejuckelt, die Folge geht jetzt über 15 Minuten, naja, irgendwie, keine Ahnung. Äh, ich finde, es ist ja unten in der Anzeige, dass immer noch eins steht, aber ich habe mit dem schon lange rumgejuckt, aber nein, ist halt das, was wir dieses Video gefallen, lasst mir da schnell den Link, ist natürlich in der Infobox, bis zum nächsten Mal, hallo an, schönen Samstag noch, und tschau.